Ja, machen wir ruhig ein nächstes Spiel. Obwohl, X ist Level-Auswahl. Durchbreche die Grenze. Wir gehen nochmal zurück. Nein. Ja, X ist Level-Auswahl. Machen wir das doch mal. Und schauen mal, was passiert. Use the breathing-Techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the ink. And of the champions who came before you. Before the restoration. As the other clan strayed and disbanded. A merchant sold us a secret. He led us to a flower, whose petals burn with Toxin. Put the Toxin in your skin. And you will gain great and strange powers. But those powers will be able to move to the darkness. Kleiner Trank und dann geht's ab. Before he destroys himself. And the clan is war to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. Okay, also er ist verantwortlich dafür, ähm, die Angriffe auf unseren Clan, genau. Auf wie so eine Art. Dann schauen wir mal weiter. Huh. Oh, das heißt, äh. Ah, okay. Die kann man dann so ausschreiben. Okay. Ja, ganz gut gesichert, die Gebäude hier. Mal gucken, kann ich irgendwer irgendwas anpeilen, oder? Ne. Ja, wir gehen mal durch die Klappe. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Watch. The alarm switch off when the guard walks past them. Or, when he's dragged past them. What? What is that? Huh, weird that this light went out. Everything seems fine. All right, come. Mach den platt und dann ziehen wir ihn da durch den Scanner. So, das dürfte uns retten, oder? Jo, gar nicht schlechte Idee. Gehen wir jetzt mal nach unten. So. Wenn wir mal unten sind. Dann gucken wir mal hier. So, das heißt, er läuft jetzt durch und in der Zeit... Ah, scheiße. Ich wusste ja gar nicht, dass das Ding auch selber auslösen kann. Dann locken wir ihn mal an. Hey, es ist ein Ninja! Ich finde ihn! Der Transformator sollte nahe sein. Aber bemerkbar! Die Kugel-Walker schreien mit den Regeln. Zerstöre in den Transformator. Okay, das ist unser Ziel. Gucken, kann ich den irgendwie ablenken? Hörst du etwas? Ich kann sagen, ich habe etwas gehört. Ist jemand da? Hey, hey! Ich könnte hier sein. Über da! Der Transformator sollte sich nahe sein. Aber bemerkbar. Die Zerstöre sind mit den Gästen. Ja, das geht doch. Versteckt. Jetzt läuft er lang. Hey! Ich lasse ihn weg! Ich dachte, ich hörte einen Alarm. Erinnere dich, du versuchst, die Detektion zu vermeiden. Ah, da ist der Generator. Sehr geil. Da ist auch unser Fluchtweg. Ich lasse ihn weg. Oh. So. Prima, dann hauen wir hier jetzt ab. Und der dürfte eigentlich auch nicht mehr entdeckt werden, oder? Oh Gott. Ihr Körper ist überall. Hör auf, bis wir uns aufhören. Oh, ein Artefakt gefunden. Sehr schön. Geräuschentwickler. Ein kleiner Knallkörper, der die Aufmerksamkeit alle in der Nähe erregt. Super. Okay, dann müssen wir das so machen. Ja, ich glaube, ich hörte etwas. Ich weiß, ich hörte etwas hier. Hey, da... Verdammt, ich habe ihn verloren. Wie kann ich ihn finden? Okay. Äh... Äh... Achso, wir müssen jetzt... Achso, können wir wechseln. Super. Super. Oh, es kommt schon. Yo. Hat zwar gedauert, aber okay. Ist egal. Wichtig ist, dass wir weiterkommen. Achso, hier komme ich, äh... Oder geht es hier nochmal irgendwie weiter raus? Ne. Okay. Ah, das geht sogar am Sprung. Das ist sehr gut. Anvisieren, loslassen. Okay. Prima. Okay. 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 Wie können wir das schon mal? Und jetzt muss es auch noch ein anderes Ziel geben, oder? obwohl nö, wir können ja hier rüber nein, hier ist keiner es kommt der ist ja hartnäckig ja, der war zu hartnäckig ja, man sollte da ein bisschen aufpassen so, kaputt, rüber kaputt schließen verstecken sehr gut, unbemerkt, gab 200 punkte das könnten wir eigentlich mal Geräusch machen, oder? wait, I think I heard something ja, und jetzt weiter oh, platt guck nicht oh, vorsicht ja, das war doch auch mal ganz easy did I hear something? versteckt ja, falscher Alarm oder doch dich? oh, das war natürlich nicht clever hui, das war knapp genau, hier können wir abhauen super ich würde sagen, das Spiel macht Spaß also es ist nicht verkehrt ja, man geht zwar schnell drauf aber ich finde, was sehr fair ist, wo man wieder anfängt also man muss nicht alles von neuem anfangen ach, das ist auch jedes Mal anders auch nicht verkehrt okay 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 shots fired where is it? come on, show yourself there's nothing here ja, gehen wir wieder hoch und gehen von der anderen Seite wieder ran würde ich sagen auch cool, ein Artefakt ja genau, jetzt sind wir nämlich draußen ja, wir tauschen ja, das war wieder komplett daneben aber sowas von daneben muss auch diese Lampe ja gar nicht zerstören ne, ich kann hier einfach, äh, B drücken und hier rein die kann ich zerstören hey gut klappt oder was? mein Schwein hackt hier gibt's da wohl nicht ja genau man darf gar nicht erst gesehen werden, das ist glaube ich immer am besten ja, loslassen ja, die Lampe ist kaputt, aber beide na, das ist halt so muss halt im Dunkeln arbeiten kann ich jetzt nicht ändern Artefakt zurückgeholt kann ich nicht da irgendwie mal ne super gemacht so ein bisschen Batman mäßig finde ich mit den, äh, Seil aber wie gesagt das ist ein geiles Game macht Spaß für das Geld ich kann's immer nur empfehlen 8,39 Euro bei Steam warum nicht also, da gibt's Spiele, die sind wesentlich schlechter ja das war hier alles so ein bisschen 2D, aber, äh, ja, ist egal also so, hinter die Blume ja, da könnt ihr ruhig gucken ich komm doch da nicht mal raus erst wenn ihr wenn ihr der Meinung seid, ihr seht mich nicht mehr und zwar jetzt ja, da hat man keine Chance wenn einer schießt ist es echt schwierig wenn zwei schießen kann man eigentlich schon vergessen wobei das hier gar nicht so schwer ist man muss ein bisschen geduldiger sein weil müssen wir einfach B drücken Alter, da haben wir aber Glück gehabt so, jetzt sind wir wieder draußen super ja keine Chance so, aber wir gucken uns mal die Karte an und schauen mal wo wir überhaupt lang müssen Ziele da oben durchsuche die Grenze kann sogar sein, dass wir hier nach oben müssen gucken das war definitiv falsch das war definitiv falsch oh, hier platt also da bin ich und ich muss nach oben ja kann sogar sein können wir nach oben ja komm ja komm es ist unmöglich so an den Platz zu kriegen wie lange ist noch einer es geht das ja einmal scheiße ja hier müssen wir jetzt aufpassen bis zum nächsten Mal hey eyes on damn it we lost shoot yourself there is no sign of target over here das geht nicht ich habe gedacht ich kann ja hier ist jetzt die frage wir müssen da oben gibt es denn hier irgendwie ein seil oder so was sie schießen kann ja ich würde jetzt da gern oben an der fassade weiter klettern aber ich glaube das geht gar nicht irgendwie nicht ich glaube hier sind wir auch richtig hier sind wir glaube ich auch letztes mal rechts raus und wir gehen doch immer links lang oder wir müssen ja sogar rechts lang wollen wir doch gar nicht so viele lampen wie möglich zerstören ja da kommt gleich die autokanone da hat man keine chance aber hier wird es echt schwerer muss ich sagen hier gehen wir schon öfter drauf wenn man sieht hier die zwei er geht jetzt nach links tja das war wieder komplett nichts von arsch Ich würde jetzt gerne oben rechts das Ziel anvisieren, aber doch hat eben geklappt. Natürlich ungünstig, wenn ich da gerade das Gitter, ah jetzt, ah jetzt haben wir es, jetzt dürfte das kein Problem mehr sein, wenn die jetzt mit ihrer aller Tüchten weggehen würden. Oh Mensch, ey, wir waren so weit und dann sind wir leichtsinnig geworden, äh ja, könnte ich kotzen, man, oh komm, la tüchte kaputt. Oh, jetzt guckt er da rein und dann sieht er mich irgendwann nach neun Sekunden nicht mehr, so wie jetzt, zwei, eins und, ja, jetzt bin ich wieder weg. Nothin' hier. Ja, Alter, das war das größte Manöver, was ich je gemacht habe. Ja, so, komm, jetzt aber Konzentration hier. Kommt, wechseln. Messer ausgewählt, angeweselt. Jawohl, das war es wieder komplett. Jawohl, das war es wieder komplett. Was er? Did I hear something? Need to get that mixed. Weird. The light went out. Was that? Go check that out, will ya? Die Anela tüchte es immer noch heile Man, äh, hier hängt man ja aber ganz schön lange an dieser Stelle Das gibt, die geben ja jetzt hier mich hier um den Zeiger Ne, ja, aus meinem Verstecker nicht raus Das geht mal ein bisschen um den Sack Auf, wenn ich X drücke Komm her, verpiss dich Nur, die sehen dich so und so gleich nicht mehr Können wir auch mal nach unten hier Geht mal ein bisschen? Hang on a sec. All clear. Let's move on. What is that noise? Ah ja, da sind wir ja wieder da, wo wir nicht hinwollen. Das ist so bescheuert. No one. Let's move on. Hey! Oh shit! Hey! Oh shit! Oh! Jetzt nach oben! Hey, nach oben geht's ja gar nicht. Wir müssen ja nach links. Hey! Ja, wenn man die Tür zumacht, dann schon von der richtigen Seite, würde ich sagen. So, jetzt versuchen wir ihn mal abzulenken. Genau, dass er denkt, dass das Geräusch von da kommt. Was war das? Let's go! Super! Oh nein! Doch nicht da sterben ey! Das ist doch... Welcher? With you? Hey! Mensch, komm und geh rein da. Gehst du denn nicht nach oben? Genau, wir müssen ja auch nach oben Ach man ey, das ist doch wieder Gar nicht so einfach hier Wie weit sind wir denn In unserem Ziel, äh Okay, also rechts geht's weiter Did I hear something? Hey Na, Mann Warum kriegen wir das denn nicht hin, äh Können wir die beiden denn nicht ein bisschen weiter nach da locken? Die müssen ja im Radar sein Äh, vielleicht reicht das ja auch schon Hey, what was that? Check that out, will ya? That's weird Hey, hey, got him! Hey, hey, got him! Wo ist das Problem oder wie geht es, wie funktioniert es, warum schaffe ich es nicht? Na, ich weiß schon wie es geht Jetzt habe ich es glaube ich komplett, so Lass runter und jetzt schnell hier Oh Mann ey, da rechts ist nämlich der Ausgang So, nochmal, wir versuchen es nochmal Komm, und jetzt spring, äh, Tür auf und spring Jo Und jetzt verpiss dich hier Oh, endlich Oh, super, super, super Mann, das hat ja gedauert So, wir versuchen jetzt erstmal ganz nach oben zu kommen Also so weit wie es geht You're almost at the roof Turning the power back on for 19 No Okay, jetzt können wir wieder Lampen zerschießen Ich weiß gar nicht, wie es passiert Wenn wir 20 War What happened to the light? Everything seems fine Weird that the light went out Who's that? Ja, super Wow Das hat aber gedauert Sorry dafür, aber Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen Also Schon geil Macht Spaß Gefällt mir So, super Dann würde ich sagen Wir beenden das Spiel hier Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Wenn ihr noch mehr Teile sehen wollt Schreibt es in die Kommentare Lasst auf jeden Fall ein Like da Und abonniert den Kanal Da würde ich mich ja freuen Und dann Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020